So Leute, wir kommen uns jetzt zurück zu einer Oldtime Challenge, das gleiche wie auf Fabians Kanal, bloß jetzt als neue Ausrichtung, das ist wie früher halt, wo wir das zusammengeschnitten haben. Und heute machen wir das das erste, das zweite Mal jetzt heute zusammen. Und es ist 33 Grad, nur mal so angemerkt, es ist fucking heiß. Übrigens, möchte ich kurz erwähnen, wir waren kurzzeitig noch bei Steven zu Hause, da haben wir uns die Videos angeguckt, er hat schon den Block fertig geschnitten und ich muss echt sagen, ich sag fucking auf fucking. Gut, aber ich würde auf jeden Fall sagen, Challenge Nummer 1 ist Elfmeter, also aus Elfmeter, aus Elfmetern Lattenschießen, auf den Elfmeterpunkt so Lattenschießen, fünfmal, zweitemal rein, circa neun Meter vom Pfosten entfernt. Und die dritte Challenge ist, aus vier verschiedenen Weiten ins Tortreffen, 20 Meter ohne Berührung auf dem Boden mit Keeper, 30 Meter mit Berührung mit Keeper, 40 ohne und 50 auch ohne. Let's go! Boah, Alter, 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 einen Schuss hat er noch. Vier Dinger, Alter. Das ist unmenschlich, ne. Lassen schießen, geht damit zum Beispiel. Egal. Egal. Ich hab die Blätter gemacht. Oh mein Gott. Ist deutlich, ne. Vier Null. Meine Lieblingsfälle. Eins. Zwei. Oh, der war nicht schlecht. Drei. 3 4 Oh, gerade 0 Alter Oh mein Gott Gewonnen 4 Das ist der vorzeitige Gewinner 1 2 2 1 1 1 1 2 1 Cristiano 3 Oh, Scheiße 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3